Aufgabe 2a Mein Name ist Tim und ich komme aus Deutschland. Ich bin 20 Jahre alt und ich wohne in Berlin. Mein Name ist Maria und ich komme aus Österreich. Ich bin 30 Jahre alt und ich wohne in Wien. Aufgabe 2b Ich bin Student. Ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch. Meine Hobbys sind Sport und Kochen. Ich bin Ärztin. Ich spreche Deutsch und Englisch. Meine Hobbys sind Tanzen und Lesen. Aufgabe 2c Hallo, mein Name ist Max. Hallo Max. Ich heiße Anna. Wohnst du hier in Berlin? Nein, ich wohne in Hamburg. Und du? Ich wohne in Berlin, aber ich komme aus Russland. Ich spreche Russisch und Deutsch. Was bist du von Beruf, Max? Ich bin Ingenieur. Und du? Ich bin Architektin. Wie alt bist du? Ich bin 32 Jahre alt. Und du? Ich bin 34 Jahre alt. Mein Hobby ist Singen. Was sind deine Hobbys? Ich lese und tanze gern. Ich bin 35 Jahre alt. Und du? 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 Wo wohnen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Aufgabe 3D Mein Name ist Melanie Berti und ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus der Schweiz, aber ich wohne jetzt in Hamburg. Ich spreche Deutsch, Französisch und Italienisch. Ich arbeite als Journalistin. Meine Hobbys sind Fußball und ich schwimme gern. Aufgabe 5a Das ist Luca Rossi. Er kommt aus Italien und er lebt in Rom. Er ist 27 Jahre alt und Techniker von Beruf. Er spricht Italienisch und Englisch. Seine Hobbys sind Basketball und Lesen. Aufgabe 6a A B C D E F G E H I I J K K L M N O O O P P Q R R S T U V W X Y Z 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 Vielen Dank. A-L-S-K-I Vielen Dank. Aufgabe 1b Das Schwimmbad Die Bäckerei Das Fahrrad Die Schule Der Bahnhof Der Flughafen Das Hotel Das Auto Aufgabe 1e 1 Wie viel Uhr ist es? Es ist jetzt halb fünf. 2 Wie viel kostet dieser Pulli? 29 Euro 3 Was möchten Sie bitte? Ich nehme ein Brot und drei Brötchen. 4 Entschuldigung, wo ist das Restaurant Rio? Das Restaurant ist in der Müllerstraße. 5 Welcher Bus fährt zum Schwimmbad? Nehmen Sie die Linie 33. Aufgabe 3 Beispiel Guten Tag, mein Name ist Nina Müller. Guten Tag, Frau Müller und herzlich willkommen in unserem Hotel. Sie haben Zimmer 303. Hier ist Ihr Schlüssel. Danke. Gibt es einen Aufzug? Nein, leider nicht. Moment, ich helfe Ihnen mit dem Koffer. Vielen Dank. 1 Guten Morgen, ich möchte diesen Kuchen hier bitte. Den hier? Mit Schokolade? Ja, genau. Sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Das macht dann 6,50 Euro bitte. 2 Entschuldigung, was kostet diese Hose? Die ist im Angebot. Nur 25 Euro. Oh, schön. Kann ich die mal probieren? Ja, gern. 3 Entschuldigung, ich suche das Restaurant Bella Italia. Kennen Sie das? Bella Italia. Ach, da gehen Sie einfach hier geradeaus und dann bei dem Hotel links. Da ist das Restaurant. Vielen Dank. 4 Also, dann treffen wir uns in einer Stunde. Wie spät ist es denn jetzt? Viertel nach vier. Was? So spät schon? Okay, dann gehe ich jetzt. Bis später. Okay. Tschüss. 5 Was wünschen Sie bitte? Ich nehme das Hähnchen, bitte. Mit Nudeln oder Kartoffeln? Gibt es auch Salat? Ja, natürlich. Dann bitte mit Salat. 6 Welcher Bus fährt denn zum Marktplatz? Die Linie 12, oder? Nein, nein. Die Linie 12 fährt zum Bahnhof. Warte mal. Was steht denn hier auf dem Plan? Ah ja, wir müssen die Linie 20 nehmen. 20? Dann komm, schnell. Nun hören Sie die Texte noch einmal. 1 Guten Morgen. Ich möchte diesen Kuchen hier bitte. Den hier? Mit Schokolade? Ja, genau. Sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Das macht dann 6,50 Euro bitte. 2 Entschuldigung. Was kostet diese Hose? Die ist im Angebot. Nur 25 Euro. Oh, schön. Kann ich die mal probieren? Ja, gern. 3 Entschuldigung. Ich suche das Restaurant Bella Italia. Kennen Sie das? Bella Italia. Ach, da gehen Sie einfach hier geradeaus und dann bei dem Hotel links. Da ist das Restaurant. Vielen Dank. 4 Also, dann treffen wir uns in einer Stunde. Wie spät ist es denn jetzt? Viertel nach vier. Was? So spät schon? Okay, dann gehe ich jetzt. Bis später. Okay. Tschüss. 5 Was wünschen Sie bitte? Ich nehme das Hähnchen bitte. Mit Nudeln oder Kartoffeln? Gibt es auch Salat? Ja, natürlich. Dann bitte mit Salat. 6 Welcher Bus fährt denn zum Marktplatz? Die Linie 12, oder? Nein, nein. Die Linie 12 fährt zum Bahnhof. Warte mal. Was steht denn hier auf dem Plan? Ah ja, wir müssen die Linie 20 nehmen. 20? Dann komm, schnell. 6 Entschuldigung, wo ist die Post? 2 Entschuldigung, wo ist das Hotel Alpina? Entschuldigung, wo ist die Schule? 4 Entschuldigung, wo ist das Restaurant? 5 Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Aufgabe 1c 1 Heute im Angebot frische Tomaten. 1 Kilo, nur 2,30 Euro. 2 Besonders günstig diese Woche. 1 Kilo Äpfel für 2,05 Euro. 3 Trinken Sie auch gern am Morgen eine schöne Tasse Kaffee? Dann greifen Sie zu. Die 500 Gramm Packung Kaffee für nur 6,50 Euro. 4 Nur diese Woche. 500 Gramm Zucker für nur 79 Cent. 5 5 Dieser Preis ist toll. 100 Gramm Schinken, heute für nur 1,99 Euro. Dieses Angebot gilt nur heute, liebe Kunden. Aufgabe 2a Entschuldigung, was kostet die Milch? 95 Cent. Und wie viel kostet der Apfelsaft? 1,20 Euro. 2 Guten Tag. Guten Tag. Was möchten Sie? Ich nehme 200 Gramm Schinken. 3 Entschuldigung, wo finde ich Nudeln? Dort links. Danke. 4 Bitte schön. Ich möchte 1 Kilo Birnen, bitte. Noch etwas? Danke, das ist alles. 5 Ich brauche Bananen. Was kostet 1 Kilo? 3 Euro. Oh, das ist teuer. 6 Ich möchte 5 Äpfel. Das macht 1,50 Euro. Aufgabe 4 1 Schmecken die Birnen gut? 5 Ist das Brot noch warm? Aufgabe 5a 1 Guten Tag. Was möchten Sie? Ich hätte gern 100 Gramm Schinken. Gern. Noch etwas? Ja, ich nehme auch 100 Gramm Salami. Ist das alles? Ja, danke. Das ist alles. 2 Guten Morgen. Was darf's sein? Guten Morgen. Ich nehme 200 Gramm Käse. Gern. Noch etwas? Ja. Haben Sie Oliven? Ja, hier. Dann nehme ich noch 150 Gramm Oliven. Das ist alles. Aufgabe 6a Aufgabe 6a Wie viel kostet 1 Kilo Äpfel? Es kostet 2,39 Euro. 2 Wann schließt der Supermarkt? Er schließt um 19.30 Uhr. 3 Wann ist der Markt? Markt ist immer am Donnerstag. 4 Wo ist die Kasse? Die Kasse ist hier links. 5 Was möchten Sie bitte? Ich möchte vier Brötchen. Nun hören Sie die Texte noch einmal. 1 Wie viel kostet ein Kilo Äpfel? Es kostet 2,39 Euro. 2 Wann schließt der Supermarkt? Er schließt um 19.30 Uhr. 3 Wann ist der Markt? Markt ist immer am Donnerstag. 4 Wo ist die Kasse? Die Kasse ist hier links. 5 Was möchten Sie bitte? Ich möchte vier Brötchen. Aufgabe 2 Beispiel Achtung an Gleis 4 Auf Gleis 4 fährt ein Intercity Express 433 nach Hamburg Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 16.54 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. 1 Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie. Unser Zugrestaurant schließt heute bereits um 17 Uhr. Warme und kalte Getränke bekommen Sie aber auch später noch an unserem Automaten in der Zugmitte. 2 Verehrte Fahrgäste, wegen des starken Windes kommt der ICE aus Stuttgart mit Weiterfahrt nach München circa 15 Minuten später als geplant. 3 Liebe Kunden, die Geschäfte im Bahnhof bieten Ihnen heute eine Sonderaktion. Kaufen Sie alle Produkte mit 10% Rabatt. 4 Nur heute. Greifen Sie zu. 4 Achtung, eine Durchsage. Frau Müller, bitte kommen Sie zur Information. Ihre Tochter wartet hier auf Sie. Frau Müller, bitte zur Information. Aufgabe 4 1 Morgen fahre ich mit dem Zug nach Köln. Der Zug fährt um 18.21 Uhr ab und kommt um 20.09 Uhr in Köln an. Am Bahnhof nehme ich dann den Bus und fahre zu meiner Freundin. 2 Ich fahre am Sonntag nach Regensburg. Kommst du mit? Die Fahrkarte kostet nur 28 Euro für zwei Personen. 3 Kannst du mich zum Bahnhof fahren? Mein Fahrrad ist kaputt und in einer halben Stunde fährt mein Zug. 4 Hast du die Durchsage gehört? Unser Zug kommt 15 Minuten später. Dann können wir ja noch schnell ein Wasser und eine Cola kaufen. 5 Wo treffen wir uns morgen? Unser Zug fährt von Gleis 4. Wollen wir uns direkt dort treffen? Oder bei der Uhr am Eingang? 6 Wir müssen noch die Fahrkarten kaufen. Wo ist hier ein Automat? Ach komm, wir gehen schnell zum Schalter. Da stehen nicht viele Leute. 7 Mit dem Zug brauchen wir fast fünf Stunden nach Hamburg. Das ist wirklich lang. Wir müssen jetzt noch Brötchen und Getränke kaufen. Aufgabe 5b 1 Der Zug fährt um 12.04 Uhr ab. 2 Der Zug kommt um 14.09 Uhr an. 3 Die Fahrkarte kostet 45 Euro. 4 Der Zug fährt auf Gleis 5. 4 5 Der Zug ist pünktlich. 5 Der Zug ist pünktlich. Aufgabe 6a 1 Wann fährt der nächste Zug nach Stuttgart? Der nächste Zug fährt um 13.45 Uhr. 2 Wie viel kostet eine Fahrkarte nach Stuttgart? 57 Euro. 57 Euro. 3 Auf welchem Gleis fährt der Zug? Auf Gleis 13. 4 Wann kommt der Zug in Stuttgart an? Um 15.57 Uhr. 5 Auf Gleis 13.00 Uhr. 5 Und wann kommt der Zug in Berlin an? Um 17.10 Uhr. Super! Vielen Dank! Aufgabe 2G 1 Guten Abend! Was darf ich Ihnen bringen? 5 Und zum Trinken? 2 Hallo! Was hätten Sie gern? 2 Was hätten Sie gern? 2 Möchten Sie auch etwas essen? 3 Tut mir leid. Das haben wir heute nicht. Das haben wir heute nicht. 3 Tut mir leid. Aufgabe 1c Hast du heute Zeit? Wann? Heute Abend? Ja, wir könnten schwimmen gehen. Das Schwimmbad hat heute bis um 10 Uhr geöffnet. Schwimmen? Keine Lust. Gehen wir doch lieber ins Kino. Da laufen gerade echt gute Filme. Zum Beispiel der neue Film mit Daniel Brühl. Ah ja, den möchte ich auch sehen. Wann treffen wir uns dann? Hm, der Film beginnt um halb 8. Dann treffen wir uns um 7 am Bahnhof und gehen dann zusammen zum Kino. Okay, alles klar. Dann bis später. Tschüss. Tschüss. Aufgabe 1d Hast du am Wochenende Zeit? Ja, am Samstag. Was möchtest du machen? Ich möchte wandern gehen. Kommst du mit? Gute Idee. Und später machen wir ein Picknick. Super. Wann treffen wir uns? Um 10 Uhr am Bahnhof. Alles klar. Aufgabe 2a 1 Wann rufst du mich an? Um halb 5. Oder ist das zu spät? Nein, nein. Das ist okay. 2 Wann holst du mich ab? Um Viertel nach 5. Warte am besten vorm Haus. Ich komme mit dem Auto. 3 Wie spät ist es jetzt? Kurz vor 5. Was? Schon so spät? 4 Wir gehen doch heute mit Maria und Maxim ins Kino. Wann müssen wir da losgehen? Um 20 vor 5. Dann kommen wir pünktlich. 4 Wann gehen wir ins Kino? Um halb 8. 2 Wann treffen wir uns? Um 4. Nein, das geht nicht. 5 Uhr ist besser. 3 Um wie viel Uhr gehen wir in das Restaurant? Ich arbeite bis halb 7. Hm. 7 Uhr ist gut. Okay. Bis später. 4 Ich gehe heute joggen. Kommst du mit? Klar. Wann? Nach dem Kurs. Also um Viertel nach 4. Okay. Um halb 5 habe ich keine Zeit. Dann komme ich das nächste Mal mit. 5 Wann gehen wir heute ins Schwimmbad? Um Viertel vor 8. Dann können wir zwei Stunden schwimmen. Das Schwimmbad schließt um 22 Uhr. Okay. 6 Heute kommen meine Eltern zum Essen. Ah ja, stimmt. Wann bist du zu Hause? Du musst mir helfen. Ich arbeite bis 4. Dann bin ich um halb 5 zu Hause. Aufgabe 2f Wie viel Uhr ist es? Wann gehen wir ins Kino? Wann arbeitest du? Wann gehen wir ins Schwimmbad? Wann machen wir unser Picknick? Aufgabe 3 1 Hallo, hier ist Maria. Ich gehe heute Abend mit Greta ins Kino. Kommst du mit? Ruf mich mal an. Meine neue Nummer ist 0172 901 422 951. Also nochmal. 0172 901 422 951. Bis später. 2 2 2 Hi, Lilli. Hier ist Jakob. Du, wir gehen heute doch nicht ins Theater. Wir treffen uns im Café am Marktplatz. Da kannst du vom Bahnhof hinlaufen. Das ist nicht weit. Tschüss. 3 Hallo, Lukas. Ich kann dich leider nicht abholen. Mein Auto ist kaputt. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch 5 oder 6 Minuten gehen. Bis dann. 4 Hier ist Cem. Wo bist du denn? Ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich. Also in 5 Minuten gehe ich. Dann musst du den Weg zu Elenas Party allein finden. Ciao. 5 Nun hören Sie die Texte noch einmal. 1 Hallo, hier ist Maria. Ich gehe heute Abend mit Greta ins Kino. Kommst du mit? Ruf mich mal an. Meine neue Nummer ist 0172 901 422 951. Also noch mal 0172 901 422 951. Bis später. 2 Hi, hier ist Jakob. Du, wir gehen heute doch nicht ins Theater. Wir treffen uns im Café am Marktplatz. Da kannst du vom Bahnhof hinlaufen. Das ist nicht weit. Tschüss. 3 Hallo Lukas. Ich kann dich leider nicht abholen. Mein Auto ist kaputt. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch 5 oder 6 Minuten gehen. Bis dann. 4 Hier ist Cem. Wo bist du denn? Ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich. Also in 5 Minuten gehe ich. Dann musst du den Weg zu Elenas Party allein finden. Ciao. 5 Hi, hier ist Lena. Du, am Freitag muss ich zu meinen Eltern fahren und komme erst am Samstag spät zurück. Aber am Sonntag können wir uns treffen. Vielleicht machen wir ein Picknick. Ruf mich mal zurück. Tschüss. 5 Aufgabe 4a 1 Hallo Luisa. Wie geht's? Hallo Viktor. Na ja, es geht. Ich habe schon seit Tagen so Kopfschmerzen. Wirklich? Du musst viel Wasser trinken. Das hilft. Und du musst viel spazieren gehen. Frische Luft ist wichtig. Danke, Viktor. Das probiere ich. Kommst du gleich mit in den Park? Ja, gern. 2 Hallo Pietro. Was ist denn los? Mein Zahn tut so weh. Aua, aua. Wirklich? Und seit wann? Ach, schon seit drei Tagen. Aber warum gehst du denn nicht zum Zahnarzt? Na ja, ich habe Angst. Du musst zum Zahnarzt gehen. Warte mal. Ich rufe da gleich mal an. 3 Hallo Jan, gehen wir heute zusammen ins Fitnessstudio? Nein, ich kann nicht. Mein Bauch tut weh. Oh, dann musst du viel Tee trinken und eine Suppe essen. Das hilft. Und leg dich ins Bett. Entspannung ist auch wichtig. Okay, das mache ich. Ich rufe dich morgen an, okay? Ja, okay. Gute Besserung. Danke. 4 Ah, Maria. Wie geht es dir? Ach, nicht so gut. Ich habe Halsschmerzen. Hast du eine Idee, was da hilft? Hm, trink eine heiße Zitrone. Und du musst ein bis zwei Tage zu Hause bleiben. Meinst du? Okay, dann rufe ich gleich mal im Büro an. Ja, das ist das Beste. Ich hatte letzte Woche auch Halsschmerzen. Aufgabe 4b 1 Hallo Luisa, wie geht's? Hallo Viktor. Na ja, es geht. Ich habe schon seit Tagen so Kopfschmerzen. Wirklich? Du musst viel Wasser trinken. Das hilft. Und du musst viel spazieren gehen. Frische Luft ist wichtig. Danke, Viktor. Das probiere ich. Kommst du gleich mit in den Park? Ja, gern. 2 Hallo Pietro. Was ist denn los? Mein Zahn tut so weh. Aua, aua. Wirklich? Und seit wann? Ach, schon seit drei Tagen. Aber warum gehst du denn nicht zum Zahnarzt? Na ja, ich habe Angst. Du musst zum Zahnarzt gehen. Warte mal, ich rufe da gleich mal an. Hallo Jan, gehen wir heute zusammen ins Fitnessstudio? Nein, ich kann nicht. Mein Bauch tut weh. Oh, dann musst du viel Tee trinken und eine Suppe essen. Das hilft. Und leg dich ins Bett. Entspannung ist auch wichtig. Okay, das mache ich. Ich rufe dich morgen an, okay? Ja, okay. Gute Besserung. Danke. 4 Ah, Maria, wie geht es dir? Ach, nicht so gut. Ich habe Halsschmerzen. Hast du eine Idee, was da hilft? Hm, trink eine heiße Zitrone. Und du musst ein bis zwei Tage zu Hause bleiben. Meinst du? Okay, dann rufe ich gleich mal im Büro an. Ja, das ist das Beste. Ich hatte letzte Woche auch Halsschmerzen und... Aufgabe 4c Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Mein Kopf tut weh. Ich habe Zahnschmerzen. Mein Rücken tut weh. Ich schlafe schlecht. Ich schlafe schlecht. Ich habe Fieber. Aufgabe 5a Praxis Dr. Hartmann, Meier, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Florin Kaiser. Ich möchte einen Termin, bitte. Gern. Am Dienstag um 14.45 Uhr. Ähm, am Dienstag muss ich arbeiten. Kann ich am Mittwochnachmittag kommen? Am Mittwochnachmittag ist die Praxis geschlossen. Donnerstag 16.30 Uhr. Ja, das geht. Vielen Dank. Danke, Herr Kaiser. Bis Donnerstag. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Aufgabe 1b. Hallo Sonja, komm rein. Hallo. Schön, dass ich eure neue Wohnung endlich sehe. Ich zeige dir gleich alles. Also, hier ist das Wohnzimmer. Oh, schön. So hell. Und mit Balkon. Und das ist die Küche. Da mache ich uns gleich einen Kaffee. Toll. Hier ist unser Schlafzimmer. Oh, so groß. Daneben ist gleich das Bad. Ah, gut. Mit Fenster. Das ist wirklich eine schöne Wohnung. Danke. Ich bin auch froh, dass wir... Aufgabe 1f. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich suche ein neues Sofa. Gern. Kommen Sie bitte. Unsere Sofas stehen dort rechts. Oh, das Bild ist aber schön. Das ist ganz billig. Nur 25 Euro. Das ist ein guter Preis für so ein schönes Bild. Aber ich brauche ja kein Bild. So, hier sind unsere Sofas. Wie gefällt Ihnen dieses Sofa? Ach, die Farbe ist okay. Aber es ist viel zu klein. Dann vielleicht dieses hier? Ach, ich weiß nicht. Oh, der Tisch ist sehr schön. Wie viel kostet der? Moment. Der ist im Angebot. Nur 175 Euro. Naja, das ist ein bisschen teuer. Aber der Tisch gefällt mir wirklich gut. Der passt auch sehr gut zu diesem Sofa. Das ist richtig. Aber ich denke, ich muss erst meine Frau fragen, was sie denkt. Machen Sie das. Das ist kein Problem. Sie finden alle unsere Möbel im Internet. Da können Sie Ihrer Frau ja die Sofas und den Tisch zeigen. Ja, so mache ich das. Ich zeige meiner Frau alles und dann komme ich morgen wieder. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Aufgabe 2. Wie findest du das Sofa? Wie findest du den Tisch? Wie findest du den Tisch? Wie findest du den Schrank? Wie findest du das Regal? Wie findest du den Stuhl? Wie findest du das Bett? Aufgabe 3a Paula Ivanovic Hallo Paula, hier ist Frederik. Hallo Frederik, wie geht's? Gut, danke. Du, ich habe gehört, dass du eine Wohnung suchst. Also, bei meinen Eltern im Haus ist eine frei. Echt? In welcher Straße ist denn die Wohnung? In der Kittlerstraße 60. Ah, das ist gut. Und wie groß ist die Wohnung? Die Wohnung hat drei Zimmer. Das passt gut. Und wie teuer ist sie? 600 Euro im Monat. Oh, das klingt gut. Ich gebe dir mal die Telefonnummer vom Vermieter. Dann kannst du da einfach anrufen. Die Nummer von Herrn Bergmann ist 89 65 84 71. Danke, Frederik. Ich rufe Herrn Bergmann gleich mal an. Aufgabe 3b Frederik Huber Hallo Frederik, hier ist Paula. Danke nochmal für den Tipp mit der Wohnung. Ja, bitte. Und, hast du die Wohnung bekommen? Ja, habe ich. Toll, oder? Ja, super. Und bist du schon umgezogen? Nein. Jetzt im Mai muss der Vermieter noch ein paar Dinge in der Wohnung reparieren. Und im Juni kann ich dann in die Wohnung. Und ist die Wohnung nicht ein bisschen teuer für dich? Nein. Die Wohnung hat ja drei Zimmer. Und dann wohnt meine Schwester auch dort. Und wir bezahlen die Wohnung zusammen. Ah, das ist ja gut. Ja, das ist perfekt. Ich freue mich sehr. Und zur Uni sind es auch nur fünf Minuten zu Fuß. Ja, ich weiß. Du, ich mache dann auch eine Party im Juni. Kommst du? Bitte. Ja, natürlich komme ich. Wann willst du... Wann willst du... 1 1 2 3 421 673 421 Euro 744 Euro 988 Euro 1.004 Euro 1.577 Euro 1.959 Euro 2.251 Euro Aufgabe 3D 1.298 2.335 3.569 4.801 5.1062 6.1.476 7.1.713 8.1.800 Euro Die Wohnung hat vier Zimmer, Küche und Bad. Diese Wohnung hat eine Küche, ein Wohnzimmer und einen Balkon. Die Wohnung hat zwei Zimmer, einen Garten und eine Garage. Paulas Wohnung hat drei Zimmer, einen Balkon und einen Garten. Aufgabe 3a Guten Morgen, Frau Kittferner. Guten Morgen, Herr Arsenowitsch. Der Drucker ist immer noch kaputt. Haben Sie schon mit Herrn Fritschke gesprochen? Nein, er war gestern Nachmittag nicht im Büro. Dann rufen Sie ihn gleich an, bitte. Ach, und dieses Paket hier, das gehört nicht uns. Bringen Sie es bitte zum Marketing in den vierten Stock. Ja, mache ich gleich. Und dann schreibe ich eine E-Mail an alle Kollegen. Nächste Woche ist ja unser Sommerfest. Richtig. Ja, schreiben Sie eine Einladung mit allen wichtigen Informationen. Und bestellen Sie auch gleich alles für das Fest. Wir müssen ja etwas essen und trinken. Also Würstchen, Brötchen, Wasser, Cola und so weiter. Gut, ich schreibe gleich eine Liste. Ach, und heute Mittag kommen die Kollegen aus Frankfurt. Reservieren Sie bitte einen Tisch im Restaurant. Um 13 Uhr für sechs Personen. Im Restaurant zur Sonne? Ja, genau. Und ich habe heute einen Termin mit Frau Hoffmann, um 14 Uhr. Können Sie bitte mit ihr telefonieren und ihr sagen, dass ich erst um 15 Uhr komme? Ja, mache ich. Und dieses Formular hier müssen Sie noch ausfüllen und dann Frau Greiner faxen, bitte. Kein Problem. Mache ich dann später. Gut, dann vielen Dank. Puh, das ist ja ganz schön viel. Also dann fange ich mal an. Aufgabe 4a 1 Kann ich einen Kaffee haben? Ja, natürlich. Ich koche jetzt Kaffee. 2 2 Können Sie mir einen Bleistift geben? Ich habe keinen Bleistift. 3 Wie spät ist es, bitte? Es ist 16 Uhr. 4 Können Sie die Musik ausmachen, bitte? Oh, entschuldigung. 5 Bitte hier nicht telefonieren. Okay, kein Problem. 6 Haben Sie ein Papier für mich? Ja, hier, bitte. Aufgabe 5c Aufgabe 5c Firma Klopp, Kai Schmidt, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Oh, Frau Paulsen ist nicht da. Aber Sie können mit Herrn Rossi sprechen. 5 Gerne, auf Wiederhören. Aufgabe 2a 1 2 Hallo, ich möchte ein Doppelzimmer reservieren. Gern, mit Frühstück oder mit Halbpension? Nur mit Frühstück, bitte. Wie viel kostet das Zimmer für eine Nacht? 80 Euro. 3 Guten Tag, ich komme am 10. April nach Hamburg und brauche ein Zimmer. Kein Problem. Wie lange möchten Sie bleiben? Eine Woche. Aufgabe 2d Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Mit Frühstück? 84 Euro Wie lange möchten Sie bleiben? In Ordnung. Hier sind Ihre Schlüssel. Aufgabe 4a 1 Und wie ist der Urlaub? Das Hotel ist sehr schön, aber das Wetter leider nicht. Es regnet sehr viel. Oh nein, vielleicht ist es ja nächste Woche besser. Ja, vielleicht. 2 Gefällt es euch denn in Hamburg? Ja, sehr. Und es ist sehr warm. Die Sonne scheint und wir gehen viel spazieren oder sitzen im Café. Dann habt ihr ja eine gute Zeit dort. 3 Und, wie ist das Wetter? Na ja, es ist kalt und wir haben sehr viel Wind. Wir bleiben fast nur im Hotel. Dann kannst du ja viel lesen. Ja, ich habe zehn Bücher mitgenommen. Aufgabe 1c 1 Ina, wann bist du geboren? Am 12.03.1974 2 Und wann ist Jakob geboren? Am 19.04.2003 3 Hey Tamara, wann bist du geboren? Am 31.01.1999 4 Finn, wann bist du eigentlich geboren? Am 9.06.1989 5 Und wann ist Valentina geboren? Am 13.08.1978 6 Du, Jimmy, wann bist du denn geboren? Am 2.02.2002 Oh, cooles Datum! Aufgabe 2a Hallo Paul, hier ist Tina. Hallo Tina, wie geht's? Gut, danke. Du, ich habe am 17. Juli Geburtstag. Das ist ein Samstag und ich mache eine Party. Kommst du? Oh, toll. Danke für die Einladung. Ich komme gerne. Um wie viel Uhr denn? Um 18.00 Uhr. Ich feiere im Garten. Wir grillen. Kann ich vielleicht etwas mitbringen? Ja klar. Bring doch einen Salat mit. Fleisch und Würstchen kaufe ich. Gerne. Dann sehen wir uns am 17. Juli. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss Tina Hallo Tina, herzlichen Glückwunsch! Danke! Ich habe auch ein Geschenk für dich. Hier, bitte. Oh, vielen Dank! Hallo Paul, wie geht's? Hallo, danke. Gut. Und dir? Auch gut. Drei Möchtest du etwas trinken? Gerne. Ich möchte eine Cola. Nimmst du auch ein Stück Kuchen? Ja, vielen Dank! Vier Der Salat ist sehr lecker. Das finde ich auch. Möchtest du auch noch etwas? Nein, danke. Ich habe keinen Hunger mehr. Aufgabe 3a 1 Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 2 Kann ich eine Freundin mitbringen? 3 Möchtest du etwas trinken? Nun hören Sie die Texte noch einmal. 1 Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 2 Kann ich eine Freundin mitbringen? 3 Möchtest du etwas trinken? Aufgabe 3b Aufgabe 3b 4 Kommst du auch zu der Party von Tina? 5 Ist dieses Geschenk von dir? 6 6 Kannst du mir mal helfen? 7 Möchtest du ein Stück Kuchen? 7 Nun hören Sie die Texte noch einmal. 4. Kommst du auch zu der Party von Tina? 5. Ist dieses Geschenk von dir? 6. Kannst du mir mal helfen? 7. Möchtest du ein Stück Kuchen? 7. Möchtest du ein Stück Kuchen? Aufgabe 4b Wie war die Party bei Tina? 7. Möchtest du zur Party? 8. Wie war das Essen? War das Wetter auch gut? Wie war die Musik? Aufgabe 6 Herzlichen Glückwunsch! Frohe Ostern! Frohe Weihnachten! Guten Rutsch! Ein schönes neues Jahr! Aufgabe 1c Hallo! Wir machen eine Umfrage zum Thema Sport. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Ja, klar! Ja, kein Problem! Wie alt seid ihr denn? Also ich bin 21. Und ich bin 23. Macht ihr Sport? Ja, ich gehe joggen. Aha! Und wie oft? Zweimal oder dreimal pro Woche. Und wann gehst du joggen? Morgens? Nein, normalerweise am Nachmittag, wenn ich von der Uni komme. Und mit wem? Läufst du zusammen mit Freunden? Ich laufe immer allein. Das finde ich besser. Und du? Was machst du? Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio. Wie oft gehst du da hin? Dreimal in der Woche. Und immer am Abend. Trainierst du allein? Nein. Ich treffe mich dort immer mit zwei Freunden. Dann macht das Training mehr Spaß. Super. Vielen Dank. Gern. Tschüss. Aufgabe 2a Der Hip-Hop-Kurs ist immer am Mittwoch. Und um wie viel Uhr? Um 18 Uhr. Und wie viel kostet der Kurs? Im Monat 20 Euro. Ah, das klingt gut. Kann ich am Mittwoch kommen und einfach mitmachen? Ja, kommen Sie am Mittwoch und machen Sie mit. Das erste Mal kostet nichts. Ach, das ist ja toll. Muss ich etwas mitbringen? Nur die normale Sportkleidung, Sportschuhe und ein Handtuch. Alles klar. Vielen Dank. Dann bis Mittwoch. Ja, gerne. Bis Mittwoch. Tschüss. Aufgabe 2b Fitnessstudio im Zentrum. Christian Schweiger. Guten Morgen. Ja, bitte. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ja, wir haben verschiedene Tanzkurse. Was für einen Kurs möchten Sie machen? Der Hip-Hop-Kurs ist immer am Mittwoch. Um 18 Uhr. Ja, kommen Sie am Mittwoch und machen Sie mit. Das erste Mal kostet nichts. Nur die normale Sportkleidung, Sportschuhe und ein Handtuch. Ja, gerne. Bis Mittwoch. Tschüss. Aufgabe 4a Hallo Karo, hier ist Lena. Hi Lena, wie geht's? Gut. Und dir? Auch gut. Du, ich muss echt mehr Sport machen und fit werden. Und am Wochenende gehe ich in ein neues Fitnessstudio. Direkt am Bahnhof. Kommst du mit? Hm, am Wochenende? Warte mal, ich schaue mal in meinen Kalender. Hast du am Samstagvormittag Zeit? Nein. Um 9.30 Uhr treffe ich Mila zum Frühstück. Geht bei dir 13 Uhr? Nein, leider nicht. Da esse ich mit meinen Eltern zum Mittag. Und am Samstagnachmittag? Also, um 15 Uhr spiele ich Tennis mit Ben. Und danach bin ich wahrscheinlich zu müde, glaube ich. Oder hast du dann noch Zeit? Ich gehe um 19 Uhr mit Philipp ins Kino. Das ist dann nicht genug Zeit. Wie sieht es am Sonntag aus? Am Sonntag? Ich gehe am Vormittag mit meiner Mutter ins Museum. Wir treffen uns um 10 Uhr. Am Vormittag habe ich auch keine Zeit. Da besuche ich meine Oma. Ich muss um 11 Uhr bei ihr sein. Und dann muss ich um 15 Uhr zu Claudia. Sie hat Geburtstag und macht ein kleines Fest im Garten. Was machst du am Nachmittag? Ich treffe Max um 14 Uhr im Park. Wir wollen ein Picknick machen. Aber am Abend habe ich Zeit. Das Fitnessstudio hat doch lange auf, oder? Ja, bis 22 Uhr. Dann treffen wir uns um 18 Uhr. Passt das? 18 Uhr im Fitnessstudio? Ja, das geht. Super. Schickst du mir noch schnell die Adresse? Ja, mache ich. Also, bis Sonntag. Ich freue mich. Ciao. Tschüss, Lena. Aufgabe 4c Machst du keinen Sport? Spielst du nicht gern Volleyball? Hast du am Samstag keine Zeit? Willst du nicht ins Fitnessstudio gehen? Spielst du nicht gern Volleyball? Spielst du nicht gern? Tanzt du nicht gern? Tanzt du nicht gern? Gehst du nicht mit ins Schwimmbad? Spielst du nicht gern? Aufgabe 3a 1 Entschuldigung, ich suche Sportschuhe. Wo finde ich die? Im dritten Stock. Danke. 2 Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche eine Winterjacke. Welche Größe haben Sie? Größe 42 3 Wie gefällt Ihnen diese Jacke? Die Farbe gefällt mir nicht so gut. 4 Gibt es diesen Pullover auch in blau? Nein, tut mir leid. Nur in grau. 5 Entschuldigung, wie viel kostet dieses Kleid? Ich sehe keinen Preis. Moment. 59,90 Euro. 6 Wie finden Sie diese Bluse? Schön, aber sie ist zu teuer. 7 Haben Sie auch Wanderschuhe? Nein, leider nicht. Aber im Sportgeschäft Meier finden Sie Wanderschuhe. Danke. Aufgabe 1c Hallo Jana. Na, wie war dein Wochenende? Ach, hallo Andi. Schön war's. Ich war in Berlin. Das war toll. Das klingt gut. Das klingt gut. Ich möchte auch mal wieder nach Berlin. Was hast du denn am Wochenende gemacht? Ach, zuerst habe ich lange geschlafen. Ich war so müde. Ich hatte so viel Stress in letzter Zeit. Und dann am Samstagnachmittag war ich mit ein paar Freunden im Park. Das war schön. Und am Sonntag? Da habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe ein neues Buch und das habe ich den ganzen Tag gelesen. Das war sehr gut. Und am Abend habe ich mit meiner Familie Pizza gemacht. Die war sehr lecker. Und du? Warst du am Sonntag auch noch in Berlin? Ja, am Sonntag war ich im Museum und mit meiner Freundin Mittagessen. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ach, schau mal, da kommt der Bus. Aufgabe 1e Wie war ihr Wochenende? Was haben Sie am Samstag gemacht? Und am Abend? Und was haben Sie am Sonntag gemacht? Und was haben Sie am Sonntag gemacht? Und was haben Sie am Sonntag gemacht? Aufgabe 2b Hi, Jakob. Wie war dein Wochenende? Schön? Ich habe eine Pizza gemacht und danach und am Abend mit meinem Vater Tennis gespielt. Und bei dir? Wie war dein Wochenende? Aufgabe 3a Hallo, hier ist Jakob. Du, ich kann heute Abend nicht ins Kino gehen. Ich bin noch im Büro und muss arbeiten. Hast du morgen Zeit? Melde dich. Ciao. Liebe Fahrgäste, die Uhr 5 kommt 10 Minuten später. Wir bitten um Entschuldigung. 3a Hi, hier ist Lena. Wir gehen am Samstag tanzen. Valerie ist auch dabei. Kommst du auch mit? Ruf mich mal an. 4a Liebe Gäste, wir schließen jetzt. Morgen ist das Schwimmbad geschlossen. Am Dienstag sind wir wieder ab 8 Uhr für Sie da. Goethe-Zertifikat A. Start Deutsch 1. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 1. Entschuldigung, wie viel kostet diese Jacke? Moment, die Jacken sind heute alle 20 Prozent günstiger. 24 Euro. Oh, das ist ja super. Dann nehme ich die. Wo ist denn die Kasse? Gleich hier links. Danke. 2. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche das Hotel Rose. Ah, das ist ganz einfach. Gehen Sie hier geradeaus zum Bahnhof und dann ist links die Post und hinter der Post ist das Hotel Rose. Vielen Dank. 3. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte bitte ein Kilo Bananen. Gerne. Noch etwas? Die Äpfel und Birnen sind heute besonders gut. Nein, danke. Vielleicht beim nächsten Mal. Gut. Das macht dann 2,10 Euro, bitte. 4. Guten Abend. Ich komme zum Sprachkurs, aber ich weiß nicht, in welchen Raum ich muss. Der Sprachkurs ist in Raum 304 im dritten Stock. Hier vorne ist der Aufzug. Danke schön. Bitte, gerne. 5. Das Schwimmbad ist ja geschlossen. Das verstehe ich nicht. Das öffnet doch normalerweise um 8 Uhr. Wie spät ist es denn jetzt? Kurz nach 9. Warte mal, hier ist ein Schild. Ah, heute öffnet es erst um 10, steht hier. 6. Entschuldigung, wie fahre ich am besten zum Bahnhof? Mit der Straßenbahn? Nein, mit der Straßenbahn können Sie nur bis zum Marktplatz fahren und dann geht es nur mit dem Bus weiter. Nehmen Sie die U-Bahn, Linie U3 oder U6. Da kommen Sie direkt zum Bahnhof. Ok, vielen Dank. Nun hören Sie die Texte noch einmal. 1. Entschuldigung, wie viel kostet diese Jacke? Moment, die Jacken sind heute alle 20% günstiger. 24 Euro. Oh, das ist ja super. Dann nehme ich die. Wo ist denn die Kasse? Gleich hier links. Danke. 2. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche das Hotel Rose. Ah, das ist ganz einfach. Gehen Sie hier geradeaus zum Bahnhof und dann ist links die Post und hinter der Post ist das Hotel Rose. Vielen Dank. 3. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte bitte ein Kilo Bananen. Gerne. Noch etwas? Die Äpfel und Birnen sind heute besonders gut. Nein, danke. Vielleicht beim nächsten Mal. Gut. Das macht dann 2,10 Euro bitte. 4. Guten Abend. Ich komme zum Sprachkurs, aber ich weiß nicht, in welchen Raum ich muss. Der Sprachkurs ist in Raum 304, im dritten Stock. Hier vorne ist der Aufzug. Danke schön. Bitte. Gerne. 5. Das Schwimmbad ist ja geschlossen. Das verstehe ich nicht. Das öffnet doch normalerweise um 8 Uhr. Wie spät ist es denn jetzt? Kurz nach 9. Warte mal, hier ist ein Schild. Ah, heute öffnet es erst um 10, steht hier. 6. Entschuldigung, wie fahre ich am besten zum Bahnhof? Mit der Straßenbahn? Nein, mit der Straßenbahn können Sie nur bis zum Marktplatz fahren. Und dann geht es nur mit dem Bus weiter. Nehmen Sie die U-Bahn, Linie U3 oder U6. Da kommen Sie direkt zum Bahnhof. Ok, vielen Dank. Teil 2 Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. 7. Dies ist eine Kundendurchsage für Frau Meier. Bitte kommen Sie zur Kasse im ersten Stock. Kundin Frau Meier, bitte kommen Sie zur Kasse im ersten Stock. 8. Verehrte Kunden, unser Restaurant im sechsten Stock schließt heute bereits um 17 Uhr. Wir bitten dies zu entschuldigen und freuen uns, Sie morgen begrüßen zu dürfen. 9. Achtung auf Gleis 4. Es fährt ein der Intercity 6152 nach Stuttgart. Planmäßige Weiterfahrt um 13.44 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. 10. Heute ist es richtig billig. 50% auf alle Sporthosen, Sport-T-Shirts und Sportschuhe. Im dritten Stock in unserer Sportabteilung. Liebe Kunden, nutzen Sie unser Angebot. Teil 3 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 11. Hi, Florian. Klaas hier. Ich kann dich leider morgen nicht vom Bahnhof abholen. Nimm doch einfach den Bus, ja? Die Linie 15 braucht nur 10 Minuten bis zum Marktplatz und von dort musst du noch 5 Minuten laufen. Okay? Bis morgen. 12. Guten Tag. Hier ist Marie Bauer. Ich habe am Montag um 15 Uhr einen Termin bei Ihnen. Da kann ich leider nicht kommen. Geht es vielleicht am Dienstag um die gleiche Uhrzeit? Rufen Sie mich doch zurück, bitte. Auf Wiederhören. 13. Hallo Lena. Hier ist Pia. Du, ruf mich doch mal hier im Büro an. Die Nummer ist 3894075. Also, bis später dann. Tschüss. 14. Hi, hier ist Moritz. Ich habe am Samstag leider keine Zeit. Ich fahre mit meiner Freundin zu meinen Eltern. Meine Oma kommt auch. Tut mir leid, aber ich muss dahin. Ich melde mich, ja? Bis bald. 15. Guten Tag. Sie haben die Praxis von Dr. Dietl erreicht. Wir machen vom 10.7. bis 6.8. Sommerurlaub. Ab dem 7.8. sind wir wieder für Sie da. Nun hören Sie die Texte noch einmal. 11. Hi Florian. Klaas hier. Ich kann dich leider morgen nicht vom Bahnhof abholen. Nimm doch einfach den Bus, ja? Die Linie 15 braucht nur 10 Minuten bis zum Marktplatz und von dort musst du noch 5 Minuten laufen. Okay? Bis morgen. 12. 12. Guten Tag. Hier ist Marie Bauer. Ich habe am Montag um 15 Uhr einen Termin bei Ihnen. Da kann ich leider nicht kommen. Geht es vielleicht am Dienstag um die gleiche Uhrzeit? Rufen Sie mich doch zurück, bitte. Auf Wiederhören. 13. Hallo Lena. Hier ist Pia. Du, ruf mich doch mal hier im Büro an. Die Nummer ist 3 8 9 4 0 7 5. Also, bis später dann. Tschüss. 14. 14. Hi, hier ist Moritz. Ich habe am Samstag leider keine Zeit. Ich fahre mit meiner Freundin zu meinen Eltern. Meine Oma kommt auch. Tut mir leid, aber ich muss dahin. Ich melde mich, ja? Bis bald. 15. Guten Tag. Sie haben die Praxis von Dr. Dietl erreicht. Wir machen vom 10.7. bis 6.8. Sommerurlaub. Ab dem 7.8. sind wir wieder für Sie da. 14. 14. 15. 12. 15. 15. 16. 16. 16. Oder falsch. Sie hören den Text zweimal. Eins. Hallo, hier ist Maria. Du, ich kann heute nicht ins Kino gehen. Ich habe Fieber und mein Kopf tut weh. Ich bleibe heute im Bett. Bis bald. Tschüss. Zwei. Liebe Fahrgäste, unser Zugrestaurant ist heute leider geschlossen. Bei unseren Service-Mitarbeitern können Sie aber Kaffee, Tee und andere Getränke kaufen. Wir wünschen eine gute Fahrt. Drei. Hi, ich bin's, Felix. Du, mein Auto macht Probleme. Es fährt nicht richtig. Deshalb kann ich dich nicht vom Bahnhof abholen. Nimm die U-Bahn, okay? Bis später. Vier. Liebe Kunden, unser Geschäft schließt in fünf Minuten. Morgen sind wir ab sieben Uhr wieder für Sie da. Wir wünschen einen schönen Abend. Nun hören Sie die Texte noch einmal. Eins. Hallo, hier ist Maria. Du, ich kann heute nicht ins Kino gehen. Ich habe Fieber und mein Kopf tut weh. Ich bleibe heute im Bett. Bis bald. Tschüss. Zwei. Liebe Fahrgäste, unser Zugrestaurant ist heute leider geschlossen. Bei unseren Service-Mitarbeitern können Sie aber Kaffee, Tee und andere Getränke kaufen. Wir wünschen eine gute Fahrt. Drei. Hi, ich bin's, Felix. Du, mein Auto macht Probleme. Es fährt nicht richtig. Deshalb kann ich dich nicht vom Bahnhof abholen. Nimm die U-Bahn, okay? Bis später. Vier. Liebe Kunden, unser Geschäft schließt in fünf Minuten. Morgen sind wir ab sieben Uhr wieder für Sie da. Wir wünschen einen schönen Abend. Hören Teil B Lesen Sie die Aufgabe. Hören Sie dann den Text. Markieren Sie die richtige Lösung. A oder B. Sie hören den Text zweimal. Eins. Wie viel kostet das Handy? Es kostet 99,98 Euro. Zwei. Wie lange warten Sie schon? Seit zehn Minuten. Drei. Wann fährt der nächste Bus zur Universität? Er fährt um zwölf Uhr dreizehn. Wie schreibt man Ihren Nachnamen? Ich buchstabiere. A, Y, D, I, N. Fünf. Was ist die Hausaufgabe? Die Hausaufgabe ist Übung 5 auf Seite 30. Nun hören Sie die Texte noch einmal. Eins. Wie viel kostet das Handy? Es kostet 99,98 Euro. Zwei. Wie lange warten Sie schon? Seit zehn Minuten. Er fährt um zwölf Uhr dreizehn. Vier. Wie schreibt man Ihren Nachnamen? Ich buchstabiere. A, Y, D, I, N. Was ist die Hausaufgabe? Die Hausaufgabe ist Übung 5 auf Seite 30. Telk Deutsch A1 für Zuwanderer. Hören und antworten. Teil A. Lesen Sie die Sätze A bis D. Hören Sie dann drei kurze Texte. Sie hören drei Aussagen oder Fragen. Notieren Sie die richtige Lösung. A, B, C oder D. Sie hören jede Aussage oder Frage zweimal. Eins. Ist das dein Schlüssel? Zwei. Möchten Sie etwas essen? Drei. Vielen Dank für das Geschenk. Nun hören Sie die Texte noch einmal. Eins. Ist das dein Schlüssel? Zwei. Möchten Sie etwas essen? Drei. Vielen Dank für das Geschenk. Hören und antworten Teil B. Lesen Sie die Sätze E bis I. Hören Sie dann vier Aussagen oder Fragen. Notieren Sie die richtige Lösung. E, F, G, H oder I. Sie hören jede Aussage oder Frage zweimal. Vier. Hast du am Samstag Zeit? Fünf. Kann ich Ihnen helfen? Sechs. Wo wohnst du? Sieben. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Nun hören Sie die Texte noch einmal. Vier. Hast du am Samstag Zeit? Fünf. Kann ich Ihnen helfen? Sieben. Sechs. Wo wohnst du? Sieben. Wie geht es Ihnen? 1.